Eriks YouTube-Kanal, Samsung Galaxy J3, Bilder und Videoaufnahmen, Samsung Galaxy J3, technische Details, Bildschirmauflösung 1280 zu 720, Foto- und Video-Hauptkamera, Auflösung 12 Millionen Pixel, Video- und HD-Aufnahmen, Videoauflösung 1920 zu 1080 mit 30 FPS, Frontkamera für Videotelefonie. Und nun viel Spaß mit Bilder und Videoaufnahmen am Freizeitsee mit dem Samsung Galaxy J3. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Eriks YouTube-Kanal, vielen Dank fürs Schauen. Dass ihr auf dem Laufenden bleibt, abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal, euer Eriks.